Ach Kinder, es ist schon wieder Zeit für Pokémon! Nämlich Leuchtende Perle, Pokémon LP, so muss ich es mir merken. Ähm, das ist ja jetzt der erste Part, der unter der Woche kommt. Also ich habe meine erste Prüfung schon längst hinter mir. Und dann hören wir uns doch einmal an, was die gute Lucy zu sagen hat. Würde sie eigentlich am liebsten Lucy nennen, aber sei es nur mal Lucia und im Englischen heißt sie Dawn, aber scheiß drauf. Oh stimmt, ich habe dir ja noch gar nicht gezeigt, wie man Pokémon fängt, weil das ist sehr, sehr wichtig. Ja, schau mal her. Jetzt sehen wir es nämlich gleich, ähm, was für unfassbar starke Pokémon sie hat und wie erfahren sie doch ist. So, sie hat einen Gelast und dieses Gelast ist auf Level 5. Ja, diese Erfahrung. Übrigens, ich möchte anmerken, hätten wir nicht bei unserer Mutter Bescheid gesagt, hätte sie uns vorher angerammt und hätte gesagt, geh erst mal zu deiner Mutter und sag Bescheid, bevor ich dir was zeige. Ja, und es ist auch genauso, wenn es umgekehrt wäre. Also wenn wir jetzt beispielsweise die Frau wären. Das ist dementsprechend nicht problematisch. Mensch, 25 Poké-Bälle für so ein Teil. Für so ein Tutorial. Also es ist unmöglich. Was ich deutlich informativer finden würde, ist, wenn es einmal scheitern würde mit dem Fang. Damit es auch gezeigt wird. Dass es durchaus mal daneben gehen kann. Aber nein, habe ich ja nur Erfolgserlebnisse. Ja, das war nicht schon von schlechten Eltern. Eigentlich sollte man dem Pokémon aber noch mehr KP abziehen, als ich es getan habe. Es ist wichtig, die KP eines Pokémon so weit wie möglich zu verringern. Und es wird halt, der Indikator dafür ist quasi, wenn der Balken, der Energiebalken rot ist. Ein kerngesundes Pokémon lässt sich nämlich nur sehr schwer fangen. Oh, und wenn du ein Pokémon mit einer Attacke zum Beispiel in den Schlaf versetzt, ist es noch einfacher zu fangen. Und du redest mich ja gerade in den Schlaf. Nun denn, hier als kleine Starthilfe schenke ich dir noch ein paar Poké-Bälle. Du hältst Poké-Bälle. Jawohl. Wenn du auf längeren Reisen viele Pokémon im Team hast, bist du auf der sicheren Seite. Außerdem macht es mit Gesellschaften mehr Spaß. Jetzt muss ich aber wirklich los. Peace, Bolt. Ja, und weg ist sie. So. Ja, wir gehen damals einfach lang. Weil jetzt kommen nämlich auch die ersten Trainerkämpfe. Also wir gerade hier auf der Route haben ein paar stärkere Pokémon hoffentlich. Weil jetzt sollte eigentlich vorausgesetzt sein, dass wir schon ein bisschen trainiert haben. Jawohl, Level 4. Ich würde sagen, das schlagen wir einfach mal. Weil normalerweise bin ich eigentlich jemand, der jetzt vor wenigen Pokémon flüchtet. Und ihr werdet vielleicht auch merken, dass ich hier recht wenig Pokémon fange. Und jetzt werden aber manche Leute sagen, aber was, du hast doch vorher erwähnt, dass die V-Ims wieder da sind. Ähm, teilweise. Aber dazu, wie gesagt, erst später mehr. Weil ich möchte jetzt hier noch kein Pulver verschießen. Alles, wenn es kommt, wenn es kommt. Was ist da draußen los? Das ist so ein Nervtöten, mitten bei einer, äh, wenn man sein Haus direkt an der Straße hat, die ständig befahren wird. So, ähm, der erklärt uns ja quasi, ja, wenn zwei Augen sich treffen, was eigentlich gar nicht stimmt, weil er schaut mich an, geht auf mich zu und redet mit mir. Äh, dann beginnt ein Pokémon-Kampf. Ja. Relativ undynamisch, die Trainer hier mal wieder. Und was erwartet man schon, großartig ist. Wenigstens sieht die Hintergrundkraft recht schön aus. Und das ist doch jetzt mal ein, ähm, ein Level, mit dem ich viel anfangen kann, Level 5. Das ist Che. Ja. Ruck-Zuck-Hieb. Schweres Wort, sagt das mal, dreimal hintereinander. Setzt, ähm, das Ding immer zuerst ein, weil, oder kommt immer zuerst durch. Das ist immer ganz wichtig zu wissen. Und wir hätten damit unseren ersten Trainerkampf bestanden. Das wäre auch eine Schande gewesen, wenn nicht. Wobei ich wirklich mal meine, so als ganz Unerfahrener, ich meine damals, als ich Diamant zum allerersten Mal gespielt habe, bin ich hier gegen einen dieser Trainer relativ schnell, ähm, in Ohnmacht gefallen. Ich hoffe, das passiert mir so wenig wie möglich in diesem Spiel. Also im Simultanerlebnis, ich liebe dieses Wort, ist es mir noch nicht passiert. Da bin ich sehr stolz drauf. Da kann man aber auch stolz drauf sein. Ich bin Nadine. Da mischst du das. Man würde sagen, das ist hier mal wieder, das ist auf den falschen Bildschirm drauf geflogen. Muss ich sofort korrigieren. So. Erratum gefixt. Was ist ja an sich kein Fehler. Kann ja mal passieren. Nur so viel labert wie ich. Braucht man sich nicht wundern, dass da am Ende was übrig bleibt. Ja. Und das Schlimme ist, hätten wir jetzt schon ein paar Pokémon im Team, äh, würde unser Panflam weniger EPs sehen. Und das ist ja aktuell sehr kritisch, weil es kriegt aktuell auch nicht sonderlich viel. Wobei ich euch vielleicht mal eine Sache zeigen möchte. Das habe ich ja vorher schon mal angesprochen. Ja, gegen das kämpfe ich jetzt nicht mehr. Da bin ich mir zu gut für. So, ähm, wir gehen jetzt mal hier auf Beutel. Da haben wir schon mal so viel Tränke. Und wir haben 20 Pokébälle. Ja. Können wir uns das Geld lange Zeit sparen, hier irgendwelche Pokébälle zu kaufen, weil die brauchen wir nicht. Ich habe tatsächlich den Fehler gemacht, aber ich habe es nicht besser gewusst. Ich habe, äh, 10 Bälle gekauft, noch bevor diesem Tutorial. Also man kann schon eigentlich schon vor dem Tutorial anfangen mit Pokémon fangen. Das ist ja auch der Witz dran. Ich finde, da hätte man definitiv einen Überspringen-Button einbauen können. Meine, in der ersten Generation war es ja auch keine Obligation, sich das zeigen zu lassen von diesem alten Mann. Da in, ähm, Bertania City. Ich muss mich wieder an die Namen gewöhnen, weil, ähm, so häufig spiele ich das, äh, spiele ich Pokémon und auch wieder nicht. Und selbst habe ich es auf Japanisch gespielt. Hier sind wir übrigens Shinox. Das ist ein Teammitglied von uns gewesen in Diamants, soweit ich weiß. Und wir hatten, glaube ich, noch Kramseff. Also zumindest die letzte Entwicklung war ja, ähm, Luxio, soweit ich weiß. Also, keine Ahnung, mal wieder. Da hatten wir noch die Dialga zur Peise. Die Vorentwicklung davon kann man übrigens in dem Spiel fangen. Äh, oder auf dieser Route fangen. Ich weiß nicht, ob das auch für, ähm, Perl gilt. Weil, es gibt ja unterschiedliche Exklusive. Aber das sollte es erst mal gewesen sein mit, ähm, dieser Route hier. Wobei können wir eigentlich noch auf Level 10 trainieren. Das wäre vielleicht ganz schön, wenn wir mit Level 10 die Stadt betreten. Ja, warum nicht? Aber wie gesagt, großartig trainieren lohnt sich aus zwei Gründen nicht. Erstens EP-Teiler und zweitens, ähm, ja, die EP, die wir bekommen, sind in dieser Generation eh nicht sonderlich viele. Für solche kleinen Kämpfe. Für so kleinen Vieh. Das macht zwar auch Mist, aber, das muss nicht zwingend was Gutes heißen. So, ja, jetzt noch ein Pokémon erledigen. Und dann sind wir eigentlich schon durch. So, wir sehen uns immer noch ein глаз. So. Und ab dafür. Jubelstadt. Was die gerade für ein Gesicht gemacht hat. Hey Lukas, na fängst du auch fleißig Pokémon? Ähm, ja, du würdest bestimmt sich sicher erfüllen, wenn du ein paar mehr gefangen hättest. Ja, natürlich immer wieder auf mich draufhauen. So, das ist doch typisch Frau. In Jubelstadt gibt es übrigens eine Trainerschule. Mit anderen Worten, eine Schule für Trainer. Wer hätte es gedacht? Jedenfalls solltest du dort unbedingt mal vorbeischauen, um mehr über Pokémon zu lernen. Ach ja, Karbon hat es vorhin übrigens auch zur Trainerschule aufgebrochen. Nun denn, mach's gut. Danke für die Info, ähm, weil wir ja eh... Was eigentlich? Ja, weil wir ja eh was vorbeibringen wollten bei dem guten Herrn. Ja, bist du auch hier, um etwas zu lernen? Ich hab alles auswendig genutzt, was auf der Tafel steht. Schließlich hab ich als Kind, äh, hab ich als Trainer dafür zu sorgen, dass meine kostbaren Pokémon im Kampf nicht verletzt werden. Äh, das kannst du kaum vermeiden. Was machst du hier, Lukas? Was, du hast etwas für mich? Ja, ich übergebe das Paket. Ja, hier können wir jetzt erstmal noch so ein bisschen rumkämpfen. Ja, das braucht man nicht lernen. Ich weiß da mittlerweile sehr gut Bescheid. Also so gut kann ich's noch. Ich würde am liebsten mal hier die Lehne meines Stuhls ein bisschen anders einstellen. Aber, ansonsten hörte mich nicht gut genug. So, gegen die könnte man nämlich kämpfen. Ich weiß nicht, ob das auch im Originalspiel so war. Wahrscheinlich setzen die irgendwelche Attacken ein, die mit diesen Statusveränderungen zu tun haben. Und dann geschlossenen Räumen außerhalb einer Arena kämpfen, das ist eigentlich auch eher untypisch. Aber ich find's schön, dass sie jetzt wenigstens sicher so in den Hintergrund eingebaut haben. Ja, Spezialangriff, das heißt nichts Gutes. Machen wir's einfach weg. Weil so stark ist Abra nicht. Ich glaub, das brauch ich euch nicht erklären. Und das war's mit Lasse. Lasse war nicht so klasse. So. Äh, wir setzen mal wieder einen Trank ein. Oder wieder, wir setzen zum ersten Mal einen Trank ein. So funktioniert ein Trank, Leute. Erstaunlich, nicht wahr? Ne, ich kenn's schon. Nur, ich spieg halt manchmal auch Sachen mit B durch. Und B ist natürlich die Ablehn-Taste schlechthin. Lexi. Interessanter Name. Das ist ja eigentlich ein cooler Name für ne Tochter. Ich meine, ich bin weit davon entfernt, Vater zu werden. Was er mit 23 jetzt nicht, äh, unnötig wäre. Wobei ich weiß gar nicht, wie's da so ausschaut. Ähm, ab welchem Alter muss er sein erstes Kind kriegt. Ich bin eh weit davon entfernt, also daher. Aber Lexi wird durchaus ein netter Name. Für den man aber auch leicht gemobbt wird. Also, ja. Er sollte nicht alles aus Videospielen übernehmen. Nicht wahr, Leute. Ja, du warst dir sicher. Und was ist denn mit TMs? Hast du da irgendwie was zu erklären? Wie bis... Vor allen Dingen, schau dich mal das mal an. Also, die... Die Proportionen dieses Stuhls im Verhältnis zu den Beinen. Das sind ja richtig kleine Beine. Das sieht irgendwie nicht so gesund aus. Ich weiß nicht. Sollte mit den Beinen schon den Boden berühren. Ist jetzt nur meine Meinung. So, jetzt kriegen wir hier, ähm... Erklärt, dass wir doch bitte drei Marken gewinnen. Wie bitte? Du willst ein echter Pokémon-Trainer sein? Das ist aber noch kein Pokége. Das ist sowas wie eine Pokémon-Armbandrohr. Also, sie haben quasi Smartwatch vorher gesehen. Meine Güte, du bist echt... Du lebst echt hinter dem Mond. Ich habe den Pokége erfunden, musst du wissen. Und stelle ihn jetzt serienmäßig her. Aktuell leide ich zudem auch noch eine Werbekampagne dafür. Um daran teilzunehmen, musst du nichts weiter tun, als drei Clowns in Jubel stattfinden. Wenn dir das gelingt, bekommst du von mir einen Pokége geschenkt. Ja, typische Werbemaßnahme. Hallöchen, ich bin einer der Clowns aus der Pokége-Werbekampagne. Wird ein Pokémon stärker, in dem es Kämpfe bestreitet und so Erfahrungspunkte anhäuft? Natürlich. Übrigens, ich kann euch schon mal spoilern. Alle diese Antworten müsst ihr mit Ja beantworten. Oder alle diese Fragen müsst ihr mit Ja beantworten. Ja. Die man in einer Gestalt an Entwicklung, genau. Schön, dass du das erzählst. Und was die anderen Fragen dieser Clowns sind, erfahren wir im nächsten Part, Leute. Bis zum nächsten Mal und schau, halt die Unstaff und deck daran Freundschaft. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.